Ich muss mich umziehen, aber mach's dir doch bequem. Du kannst dich da drüben hinsetzen. Und später stell ich dir Haufez vor. Bis gleich. Fünf, sechs, rei, n, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Go, Manny, go. Ist ja wunderbar. Ja, sehr bereindruckend. Meine Güte. Sag mal, wo ist denn hier für kleine Jungs? Um, um. The kind of search for body horn is suddenly for- Großfisch? Pipi-Groove? Ja, sicher, Pippo. Let's go. Pipi-Groove. Ich bin spät dran. Kommst du denn zu meiner Premiere? Äh, ich weiß nicht. Ich hab viel Arbeit in den nächsten Wochen. Papa, versuch's bitte. Es ist wichtig für mich. Gut, ich versuch's, aber... Nein, ich versuch's. Wiedersehen, Adele. Wiedersehen. Und deine Eltern, was machen die beruflich? Äh, mein Vater ist Anwalt. Und deine Mutter? Sie ist tot. Oh. Ist aber schon lange her. Und siehst du deinen Vater oft? Ja, nein, naja... Aber du musst. Man muss sich dazu zwingen, mit den Eltern zu reden. Und das heißt? Ich hab das nicht getan. Und ich bedauere, dass ich nie das Gespräch mit meinem Vater gesucht hab. Um ihm was zu sagen? Einfach nur, um mit ihm zu reden. Und zwar wie ein Erwachsener. Nicht wie ein Kind. Ich glaube, wenn mir mein Vater nur ein kleines, ich liebe dich zugeworfen hätte, hätte mir das gut getan. Manchmal braucht man gar nicht so schrecklich viel. Aber mein Vater war nicht so. Wie mein Vater auch. Er wird's nie fertigbringen. Ich liebe dich zu sagen. Tja, Väter sind häufig so. Sie verstecken ihre Gefühle. Keine Ahnung warum. Sie können ihren Kindern nicht zeigen, was wichtig ist. Glaubst du, das hätte irgendwas für dich geändert? Ja, ne Menge. Ja, ne Menge. Wir machen einen Spaziergang. Wir wollen das Meer sehen. Seid ihr interessiert? Sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Spaziergänge machen? Bist du froh, mal erst in deiner Küche rauszukommen? Oh ja. Ich freue mich, endlich das Meer zu sehen. Wir wohnen doch ganz in der Nähe und bisher habe ich noch keine Zeit gehabt. Es tut gut, an der frischen Luft zu sehen. Ich genieße das total. Es ist ein erfüllt von Freiheit. Alles wird durchgeführt. Maman, ich weiß noch, wie du mich das erste Mal zum Ballett gebracht hast. Das hat sehr schnell meine Tage ausgefüllt. Und in dem Moment bist du gegangen, Maman. Aber ich habe trotzdem weitergemacht. Es hat mich an dich erinnert. Mich an all diese Jahre zu erinnern. Und zu denken, dass es vergebens war. Das ist eine schwerwiegende Verletzung. Nach einer Operation dürfen sie lange Zeit gar nicht mehr sportlich aktiv sein. Und das heißt? Mindestens ein Jahr oder wahrscheinlich eher zwei. Zwei Jahre? Wenn dein Körper die Basis deines Berufs ist, bist du dazu gezwungen, am Ende zwei Leben zu leben. Willst du jetzt mit dem Tanzen ganz aufhören? Ich habe keine Wahl. Wenn du dich neu orientierst, hast du auch neue Träume. Sie hat mir einen Job bei ihrem Freund angeboten. Gib nicht auf. Du musst Vertrauen haben. Der Geschmack erinnert mich an Musik. Hörst du? Ich habe schon ein Problem mit. Also, ihr und die Kultur. Darf ich dich daran erinnern, dass ich in der Kulturbranche arbeite? Ja. Nein. Nein. Liebe Maman. Bevor du uns verlassen hast, hast du zu mir gesagt. Genieße all die Leben, die das Leben dir schenkt. Spinnerverdammt. Keiner weiß, ob du je wieder tanzen kannst. Heute beginnt für mich ein neues Leben. Geist auf einen Christen. Geist auf einen Schild anbogen. Boah. Hier geht es um zu恐 residence. Wir müssen alleımız langs in Ruhe die ersten undici. Wir müssen uns verlassen. Wir müssen uns verlassen. Wir müssen wir auf einmal eine Maschinen. Vielen Dank.